Ich wollte eigentlich auf Englisch erzählen, aber ich bin echt schon so betrunken und mein Englisch ist nicht so gut. Und der Text, den ich lese, weil es war alles sehr kreativ, experimentell und der Text, den ich lese, der ist eigentlich sprachlich nicht interessant und auch nicht sehr kreativ. Es ist mehr eine Art von Reportage und zwar geht es darum, wie im Herbst so viele Flüchtlinge in Wien ankamen, da gab es ja diese große Flüchtlingswelle und es war eigentlich sehr schön zu beobachten, wie viele Wiener und Wienerinnen sich großartig engagiert haben und Spenden gebracht haben und es war eigentlich wahnsinnig berührend, es ist wirklich schön zu sehen, weil Menschen sind ja oft sehr grauslich und es war schon mal schön zu sehen, dass sie auch eigentlich sehr lieb sein können. Aber natürlich hat es auch gewisse Eitelkeiten angezogen. Also eine Freundin von mir hat dann den Terminus healthy entwickelt, also das ist so der Selfie, wo man halt sagt so, ah, das ist mein neuer Freund Achmed, das ist der healthy. Und ich musste in der Zeit sehr viel hacken, also ich hatte noch meinen Callcenter-Job und musste eigentlich die ganze Zeit arbeiten und dachte mir, scheiße, jetzt passiert einmal etwas wirklich Historisches in Wien, wo man seinen Idealismus demonstrieren kann und ich muss dauernd hacken. Und ich dachte mir, scheiße, ich will aber auch irgendwas machen, ich will auch so einen Refugee-Make-Moment. Also ich habe das so genannt, weil im Social Media haben viele Leute so berührende Geschichten erzählt, so, hey, ich war im Zug und da war ein Flüchtling und ich habe ihm so eine Chick geschnurrt und so und es war so berührend. Und das habe ich so genannt, die Refugee-Make-Moments, weil es gab die Werbung von McDonalds, wo Leute auch erzählt haben, so McDonalds-Angestellte erzählen, wie sie so, also wenn jemand kommt, und er will denselben den Cheeseburger, genau wie gestern, das ist mein Make-Moment. Da gab es diese Werbung halt, wie halt so Angestellte dann so berührende persönliche Situationen erleben und das nannte ich dann auch die Refugee-Make-Moments, weil alle haben plötzlich erzählt, so, boah, ich habe da wen getroffen, plötzlich ging mir der Krieg so nahe und so. Aber ich will das auch gar nicht kritisieren, weil es gibt Leute, die hauen andere in die Pappen, weil sie dunkelhäutig sind, also das muss man jetzt nicht unbedingt kritisieren, ja. Aber es war ganz witzig. Ja, und ich wurde ihm gebeten, einen Text einzusenden zum Thema Europa und da dachte ich mir, gut, dann erzähle ich halt die Reportagen darüber, weil ich war ja auch, ich wollte auch so einen Refugee-Make-Moment erleben, aber weil ich halt Künstlerin bin, ich habe nicht wirklich Skills, also mein einziger Skill ist die Fantasie und wollte mich aber auch irgendwie einbringen und meinen Idealismus demonstrieren, aber ich wusste nicht wie, weil ich eigentlich nichts kann. Und dann gab es die eine Aktion, wo dieses katastrophale Flüchtlingscamp war in Röske, wo Flüchtlinge wirklich unterversorgt wie Tiere gehalten wurden und Angestellte der Sicherheitsfirma dort den Leuten so Essen zugeworfen haben wie in einem Käfig. Und dann, also, Orbán kam gerade in die Macht und dann hieß es plötzlich, man lässt die Flüchtlinge nicht mehr durch nach Österreich, also man will sie dort gefangen halten quasi. Und dann gab es eine Aktion, den Refugee-Convoy, wo es darum ging, dass Leute sich gegenseitig motivieren, mit dem Auto nach Ungarn zu fahren und Leute über die Grenze zu holen, was in der Zeit eigentlich illegal war. Und dann dachte ich mir, ah cool, da kann ich mitmachen, weil ich eben bin sehr faul und habe eben keine großen Skills, aber ich breche gern Gesetze und so, das gefällt mir schon und so. Und dann dachte ich mir, ah cool, da mache ich mit und es war auch wirklich cool, also es war schön zu sehen, dass wirklich so 200 Pkw's das machen einfach. Also wirklich sagen, ist uns scheißegal, wir können zwar fünf Jahre ins Häfen gehen, aber wir machen das jetzt einfach, weil es ist korrekt, es ist menschlich. Ja und diese Reportagen, also da habe ich einfach nur auf Facebook geschrieben, wie das war. 11. September 2015, ich bin zu zart, einen ganzen Bericht zu schreiben, da unser Ungarn-Trip bei aller Tragung und Ernsthaftigkeit der Lage ja auch irgendwie lustig war. Der afghane BH, den wir mitgenommen haben, meinte zum Beispiel, als wir Whitney Houston im CD-Player spielten, also wir waren irgendwie so, wir waren sehr nervös, weil es uns auch ein Kibera-Auto gefolgt, haben wir halt so Whitney Houston in den CD-Player gegeben. Und ja, als wir das spielten, meinte er, ob wir den Titanic-Soundtrack kennen, ob wir den auch dabei haben halt. Weil Titanic wäre nämlich sein absoluter Lieblingsfilm. Er hat ihn schon ungefähr 100 Mal gesehen. It's so romantic, hat er gesagt. Er meinte auch, Rose wäre die schönste Frau, die er je gesehen hat. Er hat im echten Leben noch nie so eine wunderschöne Frau gesehen wie Rose. Er meinte zwar, als ich war mit einer Freundin, Maria, er meinte zwar, wir beide wären auch okay, aber nicht so schön wie Rose. Da haben wir uns schon zum ersten Mal überlegt, ob wir ihn wieder zurückbringen sollen. Ja, genau. Dann hat er seinen einschlafenen Freund, also wir haben drei Leute mitgenommen und die zwei sind gerade eingeschlafen, dann hat er seinen einschlafenen Freund ein Schlaflied vorgesungen und als wir nachfragt, meinte er, ja, das wäre das Schlaflied, das seine Mutter ihm immer vorgesungen hat. Als wir draufkamen, dass wir beide Callcenter-Erfahrung haben, also er hat auch in Kabul in einem Callcenter gearbeitet, wie ich gerade, meinte er, Callcenter ist ein wirklich harter Job. Er würde seiner Frau nie erlauben, in einem Callcenter zu arbeiten. Da haben wir zum zweiten Mal überlegt, fuck, soll ich ihn zurückbringen? Ist nicht sehr feministisch. Ja, es war eigentlich alles sehr scherzhafter Smalltalk. Nicht schmerzhaft, sondern scherzhaft, also scherzhafter Smalltalk. Dann hat er aber erzählt von den Polizisten in Bulgarien, die er getroffen hat, die ihn insgesamt 1300 Euro gefladert haben. Und er hat erzählt, der war ein Polizeman, he was a horrible, horrible man. Und er hat wirklich Entsetzen in den Augen. Also man muss ja auch denken, die Leute geraten wirklich an Sadisten zum Teil. Ansonsten redeten wir eher über leichte Themen. Familie, worauf die europäischen Frauen so stehen, Länder, dass er zu seinem Bruder nach Belgien will und so weiter. Als wir mitten in der Nacht bei der Caritas Westbahnhof ankamen, waren wir sehr erleichtert, es geschafft zu haben und sie einer sicheren Betreuung überlassen zu können. Dabei wurden sie im Gegenteil zu uns extrem angstparalisiert. Als sie die Leute in den Uniformen sahen, fragte er panisch die ganze Zeit so, do they take fingerprints, do they want fingerprints? Und ich checkte plötzlich, dass für sie Behörden halt wirklich was angsteinflößendes sind. Dass sie natürlich die ganze Zeit im Auto auch Angst hatten und es eigentlich so überspielen wollten. Und wir mussten ihnen erstmal ein paar Minuten gut zureden, dass sie hier eh safe wären. Irgendwann waren sie eh beruhigt, entspannten sich und wir verabschieden uns und so weiter. Sie waren sehr dankbar. Auch ein anderer Flüchtling war sehr dankbar. Der stand zufällig daneben und tätschelt mir lächelnd die Schulter. Also dann habe ich gemerkt, ich liebe diese Flüchtlingsdankbarkeit. Also diese Liebe, die man bekommt, wenn man halt hilft. Das ist natürlich nicht altruistisch, man macht es schon so. Also ich dachte mir, scheiße, ich will mehr davon. Mehr Flüchtlingsliebe. Und dann haben wir das halt weitergemacht. Also sind die nächsten Tage wieder Flüchtlinge holen gegangen, wegen der Liebe halt, die wir dann bekommen. Nein, natürlich auch, weil es uns wichtig war. Also ich war wirklich, ich finde es super, wenn die Zivilgesellschaft sich wirklich mal traut, Gesetze zu brechen, aufgrund von idealen Fällen. Ideellen Vorstellungen. Da, das war ein anderer Tag, wo wir Leute geholt haben. Also wir haben uns dann so als Schlepper bezeichnet. Und meinten auch, wir sind eigentlich Schlepper-Junkies, wir lieben das. Wir wurden so süchtig von der Flüchtlingsliebe. Und ging dann immer wieder schleppen. 13. September 2015. Fläschig am Schleppen ist ja neben dem Kennenlernen von Leuten, auch um die ganze Situation besser zu begreifen, das Kennenlernen der Aktivistinnen. Es gibt Leute, die die Rolle der Organisation übernehmen. Und damit unsere Nerven sehr beruhigen, obwohl sie in Wirklichkeit genauso wenig Ahnung haben, was sie da gerade aufführen, wie wir es tun. Aber die hatten eben so psychische Stärke. Aber sie tun es einfach. Gestern zum Beispiel haben wir eine Mädel aus der Slowakei kennengelernt. Sie hatte die andere Hälfte der syrischen Familie, die wir mitnahmen, dabei. Und als sie beim Ankommen die Autotür öffnete, machte sie dieses Zungenrollgeräusch. Es spielte hysterische arabische Musik und alle im Auto sangen laut mit. Und sie schrie, we are having an Arabic party. Von da an gab sie uns allen Befehle, sowohl den Syrern als auch uns. Sie wusste genau, was in den nächsten zehn Minuten zu tun war und wo wir am besten stehen sollen beim Warten. Sie redete laut und entschlossen auf eine angenehm beruhigende Art. Sie war so Anfang 20, hatte so eine Nerdbrille, sprach Arabisch und offenbar zehn andere Sprachen, trug eine Warnweste und telefonierte ununterbrochen laut, wenn sie uns nicht gerade sagte, was wir gerade machen sollen. Währenddessen hatte sie die ganze Zeit einen zappelnden Chihuahua in der Hand. Die war echt urfleischig. Als sie beeindruckt von ihrer Checker-Persönlichkeit fragten, was sie eigentlich so macht, meinte sie, sie wäre aus Norwegen und nur auf Austausch in Bratislava und wollte eigentlich immer schon zur Armee. Jetzt studiert sie halt Medizin, um zu Médecins Sans Frontières zu gehen, also zu Ärzten ohne Grenzen. Dann hob sie ihren Chihuahua vom Boden auf und schrie, we are leaving in ten minutes! Habibdi! Yala, 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 yala! Ja, eine sehr beeindruckende Begegnung. Fertig. Applaus 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 Vielen Dank.